so ich bin mal wieder am start nein hier habe ich von fun4u 1986 freeze the funny ice cubes einfach nur eine eishofenform die habe ich jetzt auch schon ein paar mal ich glaube es sollen er sagt mir auch gar nichts so ich kann auch gar nicht so wirklich zuordnen was das für eiswürfel formen sein sondern die sowie zylinder sein oder ich habe einfach mal überhaupt gar keine ahnung ja deswegen kann ich dazu auch gar nicht sagen es sind einfach nur eiswürfelformen irgendwelche funny eiswürfelformen so sehen die dinge auf jeden fall aus von der qualität her sind die ganz gut guter kunststoff da kann man nichts zu sagen weil es halt nur eiswürfelformen sind aber ich mach halt über alles anrufen videos sowie zum beispiel über diese komische kanzler oder hier diese wundervollen jetzt muss ich ein bisschen ablenken weil ich gar nichts dazu sagen kann oder diese wundervollen türstopper die aussehen wie zerlaufende schokolade zerlaufender schokoladenriegel ja wenn euch das video gefallen hat lassen mir ein like da oder ein dislike ist auch okay ihr könnt auch gerne kommentieren oder euch mal vielleicht andere videos angucken wo ich mehr zu den sachen sagen konnte ich wünsche euch einfach nur einen schönen tag bis denn dann schaui